Verwandt? Okay. Ja, dann geht's schon nicht gut. Ja, wie ist denn das O? Ja. Kommt mal, komm. Oh, fuck. Ups. So, und jetzt hier wieder drauf. Finde ich das wieder? Ja. Ja. Perfekt, jetzt hast du deine M4. So, okay. Wie springe ich denn jetzt? Leertaste. Das ist ein Mensch. Hä? Du musst ihn töten? Werfer-Team. Oh, hier kann man nicht mehr schaden. Schade. Oh, da war ein Mensch. Das war wohl einer von dir. Ist das meiner? Der ist schon tot, okay. Das ist in deinem Team. Echt? Jetzt musst du einmal auf R drücken. Dann lädst du nach. Was denn R? Ach so. Buchstabe. Okay. Wo stehender töten? Ja. Oh! 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 Jetzt haben wir ihn getötet. Okay. Oh! 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 Okay. Okay, das ist die Wand. Gut, da. Da! Da. Da hinten ist einer rum, der hat bestimmt Spaß. Warte mal. Ist einer von dir? Ah, ne. Ok, aber er wird so... Scheiße! Also meistens, die Gegner sehen immer so aus wie Terroristen. Achso, also... Du bist Anti-Terrorist. Ich hab eine Unterricht erschossen! Hast du gesehen? Oh mein Gott, wie cool! So, hier ist ein Rohr und da ist einer von... Ach, das ist meiner. Oh ja, sorry. Ja, Bro, ich weiß. Hä, wieso kann ich nichts mehr machen? Haben wir gewonnen? Hallo? 1 zu 5. Du hast einen Kill gemacht, das ist der Hammer. Ne? Richtig gut, okay. Die anderen haben 7,50. Sag jetzt noch nichts. 57 Kills ist auch schon echt hardcore. Bin ich das? Jetzt bist du. Oh, okay. Was muss ich jetzt machen? Oh, wie witzig das wäre, wenn wir ein Mikrofon hätten. Hallo, I'm Jamie! Und dann auf einmal. Bist du wirklich ein Mädchen? Ja, du kannst dir jetzt aussuchen, ob du Terrorist oder Antiterrorist sein möchtest. Boah, ich will Terrorist sein. Ruck 1, ruck 1. Oh, cool. Achso, ne, nicht jetzt 1. Warte. Aber hab ich jetzt schon gemacht. Ja, ist egal. Warte, bevor es losläuft. Warte, jetzt einmal 1 drücken. Achso, 1, oder? Ja, super. Du hast ja eine Waffe schon. Hä, bin ich hier auch so. Wie? Ist weg, ist tot. Perfekt. Aber das ist eine Wand, oder? Ja. Mäuschen, Mama, piep! Piep! Ganz ruhig, Laula. Hinter dir bist du auf dich geschossen, ja? Oh, der Bot hat dich umgebracht. Mama, piep! Ja, kannst du ihn nehmen. Die laufen hinterher. Und drück mal wieder auf die 1. Oben auf die 1. 1. Da? Da wächst du zu deinen Waffen, genau. Und jetzt? Hab ich... Dein Gewehr. Das schießt mehr als deine Pistole. Das haben Gewehre so an sich. Du hast nicht mal einen Gegner gesehen. Lauf mal einfach, ja. Oh, hinter dir wieder. Hä, wie seh ich denn denn hinter mir? Achso, da oben. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Da legst du dich auf, Anna. Da musst du schießen. Oh mein Gott! Ja? Oh, noch Anna. Toll. Super. Dankeschön. So. Kannst du jetzt hier mal irgendwas machen, Terrorist? Kannst du dich mal irgendwas töten? Terrorist? Scheiße, ey. Guck schon wieder. Der ist doch sowieso voll blöd hier. Das ist inkompetent. Okay, nein. Das ist inkompetent. Oh, das war ein Bot. Den kannst du umringen. Go, go, go. Kill den. Enix. Kill den. Auf um die Ecke. Aber da ist niemand mehr. Da ist noch einer. Ah! Oh mein Gott. Ah! Ja! Ja! Ah! Ah! Das war so gut. Aber ich bin gleich gestorben, oder? Ja, ist nicht so schlimm. Da ist ja einer umgebracht. Ah, das ist ein Huhn. Huhn! Wo ist das Huhn? Geh mal hin, dann drückst du E. Nicht schießen. Geh mal nicht... Nein! Tu es doch! Das nächste Huhn, was du siehst, darfst du nicht drauf schießen, gehst du hin und drückst einmal E. Warum? Dann kann ich das hochheben? Nee, das lockt wieder hinterher. Ah, wie süß! Was ich machen würde, habe ich gewandt. Okay. Wieso? Oh mein Gott, das ist Mensch. Ach so, das ist meiner. Okay. Okay. Das war so witzig, ey. Irgendwann... Das war so witzig. Das war so witzig.